Über die Galerie verlief ein endloser Läufer, unter den Schimmelflecken verziert wie ein aserbaidschanischer Meschkin. Ich lief unter angelaufenen Lüstern hindurch und an verfaulten Türen vorüber, in deren Maserungen ich Fratzen zu entdecken glaubte. Und überall Schatten, bis wir den Westflügel erreichten. Was ist hier? Ein blutroter Ballerin. Mit Fransen besetzte Kissen, auf einen Bezug aus blauer Seide. Ist es nicht wundervoll? Als Kind hatte ich hier die süssesten Träume. Wer hat das Bett gemacht? Was meinst du? Das Schloss ist leer, hier wohnt keiner. Wenn wir allein sind, kann uns auch niemand stören. Sekunde. Dorian, was soll das?